Das Zeichen auf die Schulter, das tippen und dann schön. Oh no, und Lindy kann natürlich auch blocken. Ja, ja, er hat diese Athletik. Macht starkes Zusammenspiel. Wackpilar auf Yalloh. Da war es jetzt. Oh, Monroe wird sauber abgeräumt. Da ist Lindy da und dann vor allem auch noch Sigma da. Ups, klasse, durchgesteckt und da ist Leon Platzer. Auf dem Weg. Und dann ein guter Einsatz von Reynolds, der aus dem Nichts kommt. Und das zeigt sich Bensing. Boah, ein überragendes Handspiel von Robin Bensing. Das ist natürlich ein fantastisches Spiel, das er da einlegt. Und das ist halt diese Athletik. Wie gesagt, Ben Lammers ist natürlich ein super interessanter Spieler, den sie da verpflichtet haben. Und das ist ganz schwache Transition-Defense bei Frankreich. Auch stark vom Kratzer, dass er den Break läuft. Und das ist ganz schwach. Und das ist ein klasse Timing da von ihm. Nimmt ihm den Ball sogar ganz servierfertig ab. Und da kommt von Tecchio. Richtig guter Auftakt. Hier sehen wir es, zack, bumm. Und dann über Siva. Kann von Tecchio am Ende abschließen. Gute Ballbewegung bei Panathinaikos. Bayern ist da. Fastbreak-Chance, Lucic ist vorne. Lucic! Steal hinten in der Defensive. Und dann ging es ganz schnell. Und dann das Punkt genauer anspielen. Auf Lucic.